Ich bin die Cornelia Böttinger, vom Beruf bin ich Betriebsratsvorsitzende beim oberösterreichischen Hilfswerk und ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern in Nussbach, wo ich auch Gemeinderätin bin. Als gelernde Kindergartenpädagogin ist Kinderbetreuung natürlich eine meiner Kernthemen. Vereinbarkeit, Familie und Beruf trifft ja nicht nur die Frauen, das trifft uns alle, die Männer genauso. Ich bin Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen in Kirchdorf und gewähltes Mitglied im Landesparteivorstand der ÖVP. Arbeitnehmervertretung ist mir wichtig, darum habe ich es auch zu meinem Beruf gemacht. Und es gibt so Schönes, als wenn man Leute unterstützen kann und wenn man ihnen helfen kann. Ich finde mich.